Ja, meine lieben Follower, und immer wieder schöne Ausblicke hier in Spanien auf unsere Wanderung. Hier sieht man einen Pinienwald und hier im Vordergrund das Mittelmeer mit der Urbanisation. Ada Maria, ein Neubaugebiet vor 20 oder 25 Jahren entstanden und hier die Wanderwege. Ja, sehr schön anzusehen, alles hier. Überall Steine und sie haben auch viel Neues gepflanzt, haben von der EU Gelder bekommen und alles wird schön gemacht, wieder ein schönes Gebiet. Ganz toll. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi. Seid gesund, werdet gesund. Tschüss.